Herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Wie die meisten ja wissen, habe ich derzeit drei aktive Projekte am Laufen, das wären Stronghold Crusader 2, Empire Earth und die verlorengegangene Saga zu Stronghold 1. Und in eben dieser habe ich ja vor kurzem angekündigt, dass ich derzeit ein, ja, sagen wir es mal so, geheimes Projekt am Laufen habe. Also ein viertes Projekt, das ich derzeit ein wenig im Voraus aufnehme. Also, wir haben uns heute hier versammelt, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ich die glorreiche Ankündigung mache, dass dieses Projekt eventuell ein bisschen früher kommt. Ein bisschen ist sehr, sehr stark untertrieben. Ich habe ja zuerst gesagt, es kommt eventuell im Dezember, weil ich noch ein bisschen Zeit zum Produzieren brauche. Aber da das jetzt ziemlich gut lief und ich jetzt schon bis, ich kann es ja mal verraten, bis Folge 13 produziert habe und damit so den kleinen Engpass überwunden habe, weil ich kann jetzt die nächsten Wochen ein bisschen weniger aufnehmen. Deswegen habe ich es ja nicht gleich gestartet, weil ich eben die Angst hatte, ja, dass ich das nicht am Laufen halten kann. Aber so dürfte das funktionieren und das heißt, die erste Folge wird schon diese Woche kommen. Genauer gesagt, am Freitag. Und zwar wäre das, ja, der 24. Oktober, also übermorgen von jetzt aus gesehen. Und ich denke mal, ja, ich glaube, das ist eine gute Zeit, 17 Uhr. Am Freitag 17 Uhr startet das neue Projekt. Ich werde immer noch nicht verraten, was es ist. Lasst euch da einfach überraschen. Aber ich denke mal, den meisten von euch, den allermeisten von euch wird es gefallen. Ich kenne kaum jemanden, dem das Spiel nicht gefällt. Von daher wünsche ich euch dann damit viel Vergnügen. Und ja, dann sehen wir uns bei diesem neuen Projekt. Das, ja, nicht ewig lang gehen wird, aber ein bisschen Zeit wird es zumindest beanspruchen. Und ja, dann bedanke ich mich hier fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet dann auch am Freitag mit ein, wenn's mit dem Projekt beginnt. Bis dahin. Bye, bye.